Willkommen zurück zum Let's Play I Am Alive. Zuallererst möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass in letzter Zeit keine Parts dazu kamen. Aber jetzt kommt wieder alles regelmäßig und ich hab vorhin noch überlegt, hm, wo war ich denn? Ja, dann hab ich Ladewildschirm gesehen und dachte, scheiße, stimmt, das Hotel. Das ich jetzt schon nicht abkann. Ach, da ging die Treppe hoch. Och Mann, die Kamera ist irgendwie gerade zu empfindlich. Ach stimmt, da waren ja irgendwie Toiletten oder so, wo ich da nicht lang wollte und, ach, keine Ahnung. Nee, da will ich immer noch nicht lang. So, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ach, da war Griechen. Ich hab wirklich absolut keine Ahnung, ob das was bringt, da hochzurennen. Ich bezweifle es, ehrlich gesagt. Ich hab meinen Bogen und zwei Munitionsschuss bringt viel. Denkt mir eher mal Schleiche. Okay, da geht eine Treppe runter. Okay, was haben wir hinter uns? Da ist die Treppe nach oben. Okay, das sind... Okay, das sind... Ach Gott. Es sind drei Leute, die da stehen. Naja, scheiße. Was mach ich denn? Vor allem wie mach ich das? Das sind vier! Aufwag. Ausschalten wäre eine ganz doof Idee, aber es scheint auch nicht so, als könnte ich da oben lang. Mist. Mist, Mist, Mist. Was mach ich denn? Darf ich nichts zum Verstecken? Gar nichts? Die schießen doch 100 pro gleich auf mich. Was mach ich denn nur? Der Typ von hier unten ist irgendwie verschwunden. Fuck, 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 fuck. Was mache ich? 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 Was machen wir? Ich laufe einfach weiter so. Schadet schon mal nicht. Also unheimliches kann ja eigentlich... Bei dem Spiel nicht passieren. Also komm, ich bin mal ganz mutig und trau mich hier lang. In die Toiletten rein. Nix, nix, nix. In einer war ich es doch sogar so drinnen, ne? Oh Mann, die Kamera. Was ist denn mit der los? Warum ist meine Maus so entfindlich diesmal? Oh Mann! In der anderen war ich drinnen gewesen. Das weiß ich noch. Hier ist nichts. Da ist auch nichts scheiße. Ich muss die Treppen hoch. Das Tor kann ich wahrscheinlich aufschießen. Aber wenn ich schieße, dann werden die ja aufmerksam auf mich. Mist, äh, Karte war nicht M. Tab. Tab war Karte. Also ich bin jetzt dort. Ich kann dorthin. Gibt's eigentlich gar nichts. Ich muss eigentlich hier nach oben. Ähm, oder? Also laut Fall bin ich sowieso mitten in der Wand drinnen. Gott. Also das wäre dann das nächste, ne? Also ich muss da die Dings hoch. Ich muss da hoch. Oh, 14 Mal bin ich gestorben. Gut zu wissen. Ähm, ja. Egal. Scheiße, scheiße. Was mache ich denn bloß? Was habe ich denn noch im Inventar? Ähm. Möchte ich behalten? Möchte ich behalten? Möchte ich behalten? Das sorgt wenigstens, dass mein Dings hoch geht. Das sorgt nicht dafür. Das sorgt auch nicht dafür. Ja, ich will ja nicht unbedingt Rattenfleisch essen, aber... Scheinbar muss ich das doch... Möchte ich. Lecker. Rattenfleisch. Möchte ich. Möchte ich. Das Snack für zwischendurch. Fünf Wiederholungen habe ich. Muss ja nicht alle aufbrauchen, ne? Ach, oh Gott. Das sieht nämlich so aus. Jetzt müsste ich das da oben wieder quasi aufschießen. Oder das hier ist sie ja auch. Ich mache die auf mich aufmerksam, so oder so. Vier Leute, die wahrscheinlich sofort auf mich schießen, die mich eigentlich so sehen müssten. Aber egal. Warum habe ich keine Analyse-Dingens? Damit ich sehen kann, wer die Pistole hat und wer nicht. Und... Oh Gott. Oh Mann. Ich würde sowas von in die Hose gehen. Wenn ich nochmal wüsste, wie man zielt. Ja, genau. Bleib... Stell dich einfach auf, hm? Ja. Ja. Genau. Idiot. Hey, kick at that son of a bitch. Shoot them. Gut. Nein. Ehe, ehe. Drück doch, ehe. Ehe, ehe. Schnell, 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 schnell. 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 Ah, ah, ah. Oh, fuck. War das knapp. Oh, war das knapp. Inventar. Inventar. Ach du Scheiße. Nein, war das knapp. War das knapp. So, du wirst jetzt erledigt. Oh Gott, war das knapp. Es war übelst knapp. So, Schmerzmittel habe ich aufgenommen. Mein Bogen. Da ist nochmal hier Erste-Hilfe-Kit. Wie hätte ich das sonst machen sollen, ha? Kann mir das mal jemand sagen? Ich bin froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. So. Ach stimmt, das war ja Rinn. Wo kann ich sein? Oh, natürlich, ich kann es einfach so öffnen. Ja, ja. Ach nee, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte das da. Oh, ich sehe da schon wieder Schatten. Hallo? Tanzen welche? Die Leute. Es sind zwei. Drei. Oh. Ein paar mehr. Vier insgesamt. Puh, wie soll ich denn das bitte schon schaffen? Also der hat eine Pistole. Der hat eine Machete. Und die anderen beiden, keine Ahnung, was die haben. Waren das sonst alle? Nein, nicht. Nein! Was machst du denn? Was machst du? Ah, ah, was machst du? Rinn! Oh, natürlich, er hat eine Waffe. Na klar, der hat sich die genommen. Mhm. Ja, ja. Oh, shoot. Oh, scheiße, der ist auch noch hier. Kugelsicher. Ja, guck mal, ich mache imaginär noch weiter mit dem. Das ist klar. Oh, Felix, du spielst Left 4 Dead 2. Das freut mich für dich. Ach Gott. Hauptsache, ich muss nicht mehr. Gut. Ich hatte schon kurz Angst gehabt. Komm. Genau, komm. Hey, look, over there. We need to find who this guy. We got company. Hang on. Na? Wo bleibt hier? Another Stray looking to get a beating. Wie war das? Ja, komm. Trau dich. Trau dich, wenn du dich traust. Äh, trau dich, wenn du dich traust. Genau. Ich will meinen Schuss eigentlich nicht vergeuden. Panzerwester habe ich nur aufgehoben. Scheiße. Ja. Ja. Weiß ich. Nein, 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 nein. Fuck you! Scheiße! Ich hab nicht mal dran gedacht! Ach, Mist aber auch. Okay. Ich weiß aber schon mal, wie ich das machen kann. Wie es auch funktionieren wird. Ja, komm. Hör auf zu ruckeln. Das ist doch gar kein Grund dazu. So, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ah, da kommt schon einer. Na, komm. Wut, 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 wut. Ich hab keine Angst vor dir. Du brauchst eine Extra-Inladung. Hallo. Ja, komm. Ich seh deinen Schatten. Und der andere. Es ist zwar nicht der Kugelsicherer erwischt worden. Aber der kommt bestimmt auch gleich.